So, dann gucken wir uns mal an, wie AC Evo denn jetzt ist, laut Champion Joe. Es hat lange gedauert, aber ich bin auf der Simracing Expo und ich bin hier am Case King Stand mit Blacky und mit Samuel und ich spiele jetzt gleich das allererste Mal Assetto Corsa Evo. Es wird wild. Was ist Champion Joe verheiratet? Scheiß, warum fallen mir solche Sachen immer auf? Der Ring? Warte mal, rechts ist es doch, ne? International war links, Germany rechts, ja. So Freunde, ich habe mir jetzt mal eine ruhige Ecke gesucht. Ich bin hier gerade beim ADAC Stand. Ich weiß nicht, ein bisschen zu viel Bouquet drauf. Sieht man jetzt gar nicht, ist egal. Ich bin jetzt hier beim ADAC Stand, habe hier mal eine ruhige Ecke, in die ich mal in mich gehen kann. Ich bin gerade, ihr habt es auf den Bildern, oder ihr seht es jetzt dann auf den Bildern, ich bin gerade das allererste Mal in meinem Leben Assetto Corsa Evo gefahren. Und was soll ich sagen, Freunde? Der erste Entdruck ist positiv, sehr positiv, muss ich sagen. Also das hat wirklich Bock gemacht, das hat wirklich Spaß gemacht. Ähm, 30 Sekunden und du bist sofort drin. Also, da ist ja überhaupt keine Anlaufzeit gewesen und mit dem Porsche Cup auf Imola da in den Tritt zu kommen, war ein kurzes Rennen, so 10 Minuten lang gegen ein paar Pappenheimer und das hat richtig Bock gemacht. Gegen ein paar Pappenheimer? Okay. Also wirklich, für mich war das so ein bisschen so, um die Fahrgefühlssfrage gleich aus dem Weg zu räumen, das ist ja das Wichtigste wahrscheinlich für euch. Für mich war das so ein bisschen Assetto Corsa 1 meets ACC. Also man merkt, dass der Code von ACC hier wiederverwendet wurde oder aufbereitet wurde. Ah, ja, okay, KI, alles klar. Ich glaube, dass die ganzen Fortschritte, die man in den letzten Jahren gemacht hat, was gerade die Aufhängung und so angeht, auch das Reifenmodell, dass diese Errungenschaften eingeflossen sind in Assetto Corsa Evo, plus dieses Gefühl für das Fahren am Limit vom Grip und eben halt auch dieses Seat of Pants Gefühl, also dass man merkt, wie viel, ja, Last so auf den Rädern ist und wie viel Gewicht man um die Kurve drückt, was ACC 1 ausgemacht hat und wie als hätten beide ein Kind miteinander. Ja, so hat es sich für mich jetzt auf den ersten Runden angefühlt, sehr nachvollziehbar. Ich konnte relativ schnell pushen, habe auch die Pappenheimer gut herangenommen. Die können wir auch gleich noch reden. Ich muss die anderen zwei Szenarien noch fahren. Es gibt ein Regenszenario auf Badburst und ein Trockenszenario auf Brands Hatch, beide mit Straßenfahrzeugen. Deswegen wollte ich jetzt erst mal den Porsche Cup machen. Werde ich versuchen, heute noch zu fahren und hier noch mit ins Video mit reinzubringen. Auf jeden Fall lässt sich sagen, Fahrgefühl war ich erst mal zufrieden. Allerdings fremde Base, fremde Pedale, fremdes Rig, Abstände anders. Das ist alles mit Vorsicht zu genießen. Dazu halt noch Pre-Alpha. Kann man jetzt noch nicht final sagen, ob das Force-Feedback genial ist. Aber schlecht ist es auf jeden Fall schon mal nicht. Man spürt die Curbs richtig schön, wenn man drüber fährt. Man hat ein gutes Gefühl für Untersteuern, ein sehr gutes Gefühl für Übersteuern. Ich hatte ab und zu Übersteuern auf dem Gas, weil der Porsche Cup ohne Traktionskontrolle kommt und der dann tatsächlich auch schön ausbricht. Man konnte es easy fangen, konnte es gut mitnehmen, man konnte über alle Curbs voll drüber ballern auf Imola, was gerade auf so einer Strecke super wichtig ist. Und das war schon alles in allem wirklich ein klasse erster Vortrag. Grafik sah gut aus, gerade auf dem anderen Rig lief noch ACC und der Vergleich zwischen den beiden, Hammer. Also die Objekte rund um die Strecke sehen wirklich fabelhaft aus. Du hast sehr schöne Modelle, 3D-Bäume, auch die ganzen Häuser, die bei Imola so außen rum stehen, toll. Und auch der Wetterwechsel, also es war kein Wetterwechsel, sondern der Tag-Nacht-Wechsel, der eingesetzt hat. Es sah wirklich gut aus. Ich habe ein paar Aufnahmen bei Blackie und bei Samuel gemacht, die in der Nacht gefahren sind. Es sah wirklich aus wie so Dashcam-Footage. Wirklich richtig, richtig starke Performance in der Nacht, das war sehr gut. Ist noch eine Priya Alpha, es gab hier und da mal noch so ein paar Dinge, die vielleicht ein bisschen spät aufgeploppt sind. Aber an und für sich, Grafik sieht ein bisschen aus wie ACC, bloß nicht mit so verwaschenen Kanten und viel besserer Weitsicht. Also so alles in allem bin ich da grafisch auch schon echt abgeholt. Sound vom Porsche Cup war auch toll, da gab es auch nichts zu beanstanden. Also so für den ersten Eindruck war das richtig geil. Und ich glaube, wir können uns hier auf die Sim des Jahres und die beste Sim oder die meistgespielte Sim in den nächsten zehn Jahren freuen. Es ist schön, dass die ein Kind gemacht haben. Weil ACC ist ja nicht eine Weiterentwicklung von AC, sondern was Neueres. Ja, also wie ihr schon gesagt habt, dass sie da dran was gemacht haben. Also im Grunde genommen ist es ja gut, wenn die sich beide mischen sozusagen und was Neues gemacht wurde. Was ich schön finde, dass es scheinbar für eine Alpha sehr gut läuft. Die Frage ist immer bei Champion Joe, wie behaftet ist er? Muss man ja wirklich sagen, weil jetzt so dieser Claim, der jetzt gerade hier getätigt wurde, der ist schon ein bisschen doll. Aber das kann ja jeder für sich selber entscheiden. Das ist ja immer aus der Perspektive desjenigen, der das jetzt testet. Aber es hört sich ja erstmal grundsätzlich ziemlich gut an. So ist der erste Eindruck wirklich. Also es erfüllt die Erwartungen. Sagen wir es so. Das ist so krass. Also es macht eigentlich alles genau das, was man wollte. Aber es ist trotzdem am Ende dieser Punkt, wo man sagt, es hat einfach nur die Erwartungen erfüllt. Weil so hoch sind die Erwartungen an dieses Spiel. Krass. Das muss ich jetzt mal kurz querfragen im Chat. Hat irgendjemand Erwartungen an AC Evo? Naja, also ein, zwei schon. Der Rest ist so... Also zumindest von denen, die antworten, ist so durch... Nicht durchwachsen, aber keine Erwartung. Weil ich habe zum Beispiel auch gar keine Erwartungen an die Sim. Also so null. So gar nicht. Vor mir jetzt aber hier versauern, muss ich jetzt nochmal zurück an den Stand. Oder vielleicht an einen anderen Stand. Es gibt auch bei SimiCube AC Evo mit Active Pedals. Vielleicht stelle ich mich da jetzt noch kurz an. Und dann schauen wir uns die anderen beiden Szenarios noch an. wo man auch ein bisschen Straßenfahrzeug fährt, um wie die anderen Strecken zu sind. Und dann melde ich mich nochmal. Wahrscheinlich. Achja, und lasst mal ein Like da und abonniert den Channel, ihr Barnausen. So lange schon geschaut und noch nicht abonniert. Was soll das? So. Ran an den Speck. So Freunde, da hinten geht der Robin gerade noch. Wir sind jetzt alles gefahren, was es an der Seto Corsa Evo hier auf dem Showfloor gibt. Ich war zuerst bei SimiCube und habe am Stand, wo die Active Pedals mit dran sind, den Hyundai gefahren auf Brent Hedge. Das war die zweite Kombination. Also Fronttriebler, Straßenwagen und eine Strecke mit einigen Höhenmetern auch. Und was soll ich sagen Freunde, das war geil. Also gerade mit den Active Pedals, die auch wirklich ein schönes Feedback zurückgeben. Und dann auch die SimiCube Reelbase, die Punch hat, die Details hat. Das war richtig, richtig nice. Also auch da wieder. Es hat so eine kurze Eingewöhnungsphase, bis du verstehst, was das Auto von dir will. Man hat richtig gut gespürt. Oh, was kommt jetzt hier für Strobo? Man hat richtig gut gespürt, was das Auto von einem möchte. Man hat gespürt den Frontantrieb, dass er dich aus der Kurve rauszieht. Und schon nach wenigen Metern habe ich gewusst, okay, hier an dem Stand muss ich jetzt mal ausprobieren, ein bisschen das Auto zu triezen, ein bisschen zu ärgern. Und habe dann versucht, den quer zu stellen. Ich konnte leider die Traktionskontrolle nicht ausstellen. Das war leider nicht möglich. Aber ich habe mein Bestes gegeben, um ein bisschen zu driften, um zu sehen, wie ist so das Übersteuern, das Verhalten. Und Übersteuern lässt sich super easy wieder fangen. Man spürt sofort, wann der Wagen quer geht. Und ich hatte sogar ein paar erfolgreiche Drifts drin. Keine Ahnung, ob die Aufnahmen von Robin, danke an der Stelle nochmal, der hat ein paar Aufnahmen gemacht, ob die das schön eingefangen haben. Ob man sehen konnte, wie die Drifts so waren. Aber es waren einige dabei und es hat richtig, richtig Bock gemacht. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass das eine richtig gute Simulation auch sein wird für diejenigen, die gerne ein Auto auf eine kleinere Strecke ausführen und dort driften. Gut, die Frage ist halt, weil das jetzt nicht erwähnt wurde, wie viele Hilfen da an sind. Oder ob das wirklich alles aus ist und nackt ist. Um das mal einzuschätzen. Dann kann ja sein, dass Stabilitätskontrolle und sowas alles noch da ist. Also zumindest, wenn so ein Auto richtig ausbricht, hast du glaube ich immer ein paar mehr Schwierigkeiten. Das hatte sich nach allen Hilfen angefühlt. Okay. Wie gesagt, das weiß ich nicht genau. Das muss man ja immer gucken. Weil das hast du zum Beispiel in WRC hast du das auch. Oder in LMU, dass die Autos sich auch sehr, sehr einfach einfangen lassen. Weil du halt Stabilitätskontrolle und sowas an hast. Und deswegen ist sowas, also ich bin es jetzt selber nicht gefahren. Deswegen wäre es für mich jetzt eine Info gewesen, die wichtig gewesen wäre, um das einzuschätzen. Ich habe gerade auch noch auf der Messe gehört, dass es jetzt offiziell ist. Von Kunus bestätigt, dass es Mod-Support geben wird. Allerdings nur mit dem Einverständnis der Hersteller quasi. Also kein offener Mod-Support wie bei AC1. Sondern mehr so ein, ich sende was ein und brauche halt eine offizielle Lizenz dafür. Also keine Ahnung, ob das Früchte tragen wird. War jetzt auch nur so ein Gerücht, das hier rumfliegt. Ihr wisst, wie es ist auf so Messen. Und auch so sehr schön, viele Leute hier getroffen zu haben. Hat richtig, richtig Spaß gemacht bis hierher. Ich bin auch noch zwei Tage hier, es wird noch viel passieren. Ich bin dran am überlegen. Genau, ich bin natürlich auch noch danach noch den Alpin gefahren auf Bathurst. Alter, Bathurst sah klasse aus. Und im Regen, hier ging auch wieder das Gerücht rum, dass ja Ilya Yusupov jetzt bei Kunus arbeitet. Ich habe das gar nicht mitbekommen. Stimmt das, stimmt das nicht? Schreibt es mal unten rein in die Kommentare, wenn ihr da mehr wisst als ich. Wer? Hier ging auch wieder das Gerücht rum, dass ja Ilya Yusupov jetzt bei Kunus arbeitet. Ich habe das gar nicht mitbekommen. Stimmt das? Stimmt das nicht? Schreibt es mal unten rein in die Kommentare, wenn ihr da mehr wisst als ich. Auf jeden Fall sah der Regen auf der Windschutzscheibe wirklich aus, als hätte Ilya gemacht. Also diese Tropfen, die sich da bilden, wie sie verwischt werden und auch wie sich Wasser an den Seitenfenstern quasi sammelt und dann in einem Schwall so abgeführt wird. Das war crazy. Das war cool. Das war cool. Ich weiß jetzt nicht, wie schnell das Auto ist, aber ich würde schon behaupten, dass man das nicht so einfach einfängt. Oder? Sehe ich das jetzt falsch? Das war cool. Das hat Spaß gemacht. Und das Gefühl für den Regen ist... Vor allen Dingen, weil er auch überhaupt nicht im Lenkrad gearbeitet hat. Also das sah so smooth aus. Wisst ihr, was ich meine? Sodass da schon irgendwie Helferchen mit dabei sein sollten, so vom Gefühl her. Also nur vom Gucken. Also ich fand es so ein bisschen schwammig. Klar, wenn man durch Pfützen durchfährt, hat man natürlich sofort gemerkt, okay, Kontrollverlust und man hat dann gedriftet. Man konnte auch da ein bisschen mit den Regenreifen den Wagen noch fangen. Aber nicht immer. Also es gab auch Stellen, wenn man da zu schnell rein ist und da war ein bisschen mehr Pfütze, dann war es halt gleich Feierabend. Und ich glaube, das große Problem, das ich hatte war, ich habe zu spät bemerkt, wo sind überhaupt die Pfützen. Visuell sind die sehr so hell. Also die reflektieren halt das Licht krass. Das heißt, die ganzen Stellen auf der Strecke, wo es so richtig weiß war, da waren die Pfützen. Ist mir aber erst ganz zum Schluss von meiner Anzock-Session so wirklich aufgefallen. Weshalb ich da ein paar sehr witzige Spins hatte. Oben im Dipper zum Beispiel stand ich einmal quer drin. Also die Erfahrung habe ich jetzt quasi schon weg. Wenn ich das irgendwann mal mit einem richtigen Auto, mit einem Rennfahrzeug in der Liga fahre, dann muss ich das gar nicht nur mal wiederholen. Habe ich schon gemacht. So nimmt man hier die Erfahrungen mit. Und ich hatte auch einen Crash tatsächlich. Ich habe einen Absturz mitgemacht. Das war auch ganz interessant. Da konnte man sehen, wie das Spiel auf Steam heißt. Haben so einen Decknamen benutzt, um das da anzubieten. Ganz witzig. Aber ey, es ist eine Pre-Alpha. Da kann auch mal was schief gehen. Da kann auch mal ein Absturz dabei sein. Mal halb so wild. Einmal die U-Base neu gestartet. Spiel neu gestartet. Und dann waren wir wieder ready to go. Und dann konnte ich meine, ja, meine 9 Minuten Fahrzeit nochmal ausreizen, auskosten. Das gibt es auch zu sagen. Ja, Straßenfahrzeuge fühlen sich an wie Straßenfahrzeuge. Es sind aber tolle Track-Toys gewesen, die hier zur Auswahl standen. Die konnte man schon ein bisschen pushen, ein bisschen reizen. Am meisten Spaß hat mir aber der Porsche Cup gemacht. Zum einen Straßenfahrzeug, zum anderen auch eine richtig gute Wheelbase mit der R16. Die hat ordentlich Bums gehabt. Das war eine gute Nummer. Hat er was gesagt zu dem... Ah ja, doch, hat er gesagt. Mit der Simo Cube. Wheelbase. Und ey, ich freue mich unendlich drauf, wenn das auf meinem heimischen Trick läuft und ich da noch mehr Stunden reinsetzen kann. Weil es ist einfacher, ich sag's auch nochmal, es ist ACC Evo. Es ist ACC mit dem, was Assetto Corsa 1 groß gemacht hatte. Und ich glaube, jeder von euch da draußen kann sich freuen auf eine neue Simulation, die neue Maßstäbe setzt, was Grafik angeht, was Fahrzeugauswahl angeht, was Streckenauswahl angeht. Bei sowas würde ich immer sagen, also da könnt ihr mich gerne korrigieren, wenn ich falsch liege, aber in 2024 setzt du doch grafisch keine Maßstäbe mehr. Oder? Also ich meine, ganz ehrlich, wenn du die ganzen Buden mittlerweile auf volle Krawatte aufdrehst, mal jetzt von dem Toaster-Game abgesehen hier, was du auf dem Toaster spielen kannst. Aber was soll jetzt noch kommen, wenn du dir den AAA-Titel kaufst heute und den volle Radieschen auf 4K hochschmetterst, da kommt doch ordentlich mehr danach, oder? Also ich möchte mich daran nicht aufhängen. Ich wollte nur einfach mal fragen, ob ihr das mittlerweile auch so seht, weil ich bin ja, also dadurch, dass ich ja schon ein paar Jahre hier drinne bin, ich finde nicht, dass die letzten Jahre sich da noch ein bisschen, also das hat sich so im Detail, da ist natürlich ein bisschen was passiert. Hier gerade so, wenn du einen AAA-Titel hast, wo die Haare mal funktionieren, dann ist das, das wäre weltbewegend. Also das wäre wirklich weltbewegend, wenn mal eins rauskommt, wo Haare ne Haare aussehen. Aber hier, also ich meine, ich habe es nicht gesehen mit meinen eigenen Augen, ich kann das nicht einschätzen, aber weltbewegen, okay. Ich finde auch persönlich, und das verstehen auch einige, ich finde auch persönlich ACC nicht hübsch. Also da finde ich AC mit ein paar Mods drauf hübscher. Also ich habe da glaube ich auch so ein bisschen andere Augen vielleicht, vielleicht sind meine Augen auch einfach kaputt. Die Simulation, die neue Maßstelle besetzt, was Grafik angeht, was Fahrzeugauswahl angeht, was Streckenauswahl angeht, das könnte richtig, richtig gut werden. Ob es am Ende das Spiel des Jahrzehnts wird, wie ich vorher schon getitelt habe, das werden andere Faktoren entscheiden. Aber ich kann euch auf jeden Fall schon mal die Angst nehmen, dass das Fahrgefühl schlecht wird, weil das wird es auf gar keinen Fall. Das ist der Pre-Alpha und das fährt sich jetzt schon besser als AC1 und das fährt sich jetzt schon besser als ACC. Zumindest so auf den ersten Touch, auf das erste Gefühl. Das sind halt so Sachen, da wäre ich immer vorsichtig, weil eine Alpha ist eine Alpha. Wir hatten auch schon mal einen schönen Zustand in ACC und da haben wir ja auch festgestellt, und das gilt auch für andere Sims. Also LMU zum Beispiel hat mal einen guten Patch, da läuft es und dann kommt ein Patch raus und dann läuft es wieder nicht. Da wäre ich immer ein bisschen vorsichtig, sowas zu sagen. Aber das hat er ja glücklicherweise gerade nochmal gesagt, also hat sich nochmal korrigiert, dass das zum jetzigen Zustand ganz gut läuft. Wie gesagt, ist noch zu früh für ein fertiges Fazit, ist nur ein erster Eindruck. Am Ende kackt die Ente, sagt man so schön. Sprich, wir werden erstmal zu Hause auf dem heimischen Rigg mit den eigenen Pedalen fahren müssen. Vielleicht auch mal ein Rennen fahren müssen gegen echte Gegner, nicht nur gegen die KI. Und dann auch mal wirklich ein paar Stunden reinhängen und so die Feinheiten rausspülen, was das Auto am Limit macht. Da kommst du ja hier auf der Messe mit fremdem Bier gar nicht hin. Aber ich will euch auch gar nicht weiter auffallen, das war mein erster Eindruck zu Assetto Corsa Evo. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da und mehr Infos zu den Active Pedals, die neuen, die da rausgekommen sind. Dann habe ich gehört, Sim Magic hat irgendwie so ganz neuen, innovativen Quick Release mit dabei auf der Messe, wo man was weiß ich alles Mögliche einfach mit so einem Handgriff austauschen kann. Und noch vieles, vieles mehr werde ich testen in den kommenden Tagen, wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann lasst gerne ein Abo da und natürlich ein Like, wenn euch das Video gefallen hat. Und wir hören uns ganz, ganz bald wieder. Und dann würde ich sagen, war es das für das Video. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal und denkt immer daran, ihr seid alle Champions. Ciao. Okay. Das klingt ja erstmal ganz gut. Dafür, dass es eine Alpha ist oder Pre-Alpha. Ja, Pre-Alpha. Sieht das doch erstmal ganz gut aus. Muss man ja auch einfach sagen. Und der Regen auf der Scheibe, der hat auch schon wirklich geknallt. Danke Champion Joe fürs Testen. Ich war jetzt mal so frech und habe mir deinen Test angeguckt, weil du ja sehr viel AC machst.